hey leute jetzt mal die datei ist einfach live jetzt mal zu einem kleinen fragevideos die spiele ihr sehen wollt leider ihr seht hier schon ich bin hier bei meinen zwei im bildschirm ja hier diese spiele habe ich halt ein angebot das ist das ist komplett original minecraft minecraft cricket launcher und dann halt sozusagen auch der launchen heute mit diesen einen jahr verhalten hier das hätte ich auch noch microsoft remote gut simulärer spielt was keiner sowieso nicht hier wo es geht ihr damit wie er oder so er hat das kostet 203 das leckt und ich komme bei einer mission nicht weiter also leute welche spiele welches spiel wollt ihr sehen auf meinen channel schreibt es einfach in die kommentare und ja, lasst ein like oder ein abo da ciao ciao